Hier sehen Sie eine Weltneuheit. Die E2C 10L ist unsere erste Neuentwicklung, die vom Stand weg serienmäßig aus unserem Recyclingmaterial IGUMIT-CG hergestellt wird. Sie bietet das bewährte E2.1-Design und hat als L-Variante mehr Innenraum im Verhältnis zu den Ausmaßen. Sie ist geeignet für enge Einbauräume und kostensensible Anwendungen. Wir starten mit den Innenbreiten 6 und 10 mm.